Ein weiterer Vorteil in der privaten Krankenversicherung ist, dass du mit der Versicherung feste Beiträge vereinbarst. Nach deinem Gesundheitszustand, nach deinem Tarif wählst du aus, was eben für dich wichtig ist, während bei der gesetzlichen Krankenversicherung du einkommensabhängig die Beiträge bezahlst. Wenn du jetzt schon ein Selbstständiger bist oder Unternehmer, der schon beim Höchstbeitrag ungefähr 2023 etwas unter 1.000 Euro beträgt, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit enorm viel Geld zu sparen.